In wenigen Wochen geht es wieder los, die Dreharbeiten zur neuen Staffel der ProSieben-Castingsho, The Voice of Germany, starten dann mit einer veränderten Jury. Denn Samuhaber, 42, hat vor kurzem bereits angekündigt, vorerst nicht mehr Teil der Show zu sein. Wie nun die, Bild, Zeitung erfahren haben will, soll sein Nachfolger aber bereits gefunden sein, Michael Patrick, Paddy, Kelly, 40, etc. Als Indiz dafür wird unter anderem gewertet, dass Paddy Kelly einige Termine seiner aktuellen Deutschland-Journey bereits verschoben hat. Angeblich hätten seine Konzerte ansonsten terminlich mit den Dreharbeiten kollidiert. Der Sender wollte sich bislang zu den Spekulationen noch nicht äußern. Ein Sprecher teilte mit, dass die komplette Jurybesetzung aber bereits am Donnerstag bekannt gegeben wird. Zuletzt nahm er neben dem scheidenden Habers Mudo, 50, und Michi Beck, 50, von den fantastischen Vier-Subi Öfone-Katterfeld, 38, und Mark Forster, 34, auf den Jurorenstühlenplatz. Bislang gibt es noch keine Hinweise darauf, dass neben Paddy Kelly noch ein weiterer Neuling bei, The Voice of Germany, als Juror teilnehmen wird. Für das ehemalige Kelly-Family-Mitglied wäre es übrigens nicht der erste TV-Job, bereits im letzten Jahr nahm er an der Fox-Reihe, Sing meinen Song, teil.